das ist toll und aktienoption was sagen wir das sei ja zu viel ausgegeben oder ja viel zu viel viel zu viel landaktion ja dann holen wir uns mal rein hier hier war halt echt absurd viel ich weiß nicht hier so kann es sein ach komm viel gewinn was haben wir denn hier noch mal angebot ja okay das ist ja brauchen wir nicht das ist das 17 brauchen ja im prinzip 7 noch mal spielen ja dann kann man auch noch mal spielen ganz knapp ja kommst du jetzt noch mal mit so für mich ist eine gute sache haben wir nichts was wir brauchen können müssen wir jetzt auch wieder reinhauen ja es gibt die mc maul wie lange schalten wir jetzt hier so so moly 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 immer wechsel ja ich hab das schon gesehen da hinten ich war das ja man kennt es man bohrt halt immer dann vorbei zählt das nicht Was ist das? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das mit dem Wasser nach links weiß ich nicht. Das war's für heute. Sollte klappen. Das war's für heute. Das war's für heute. Und deswegen hab ich den da mitgekauft. Das war's für heute. Fühlt ihr das jetzt auf? Oder ist das... Warte, wir sind ja noch gar nicht so weit. Das war's für heute. Das wäre auch noch eine Option. Okay, man kriegt das oben drauf. Also wir sind das aufdecken, das ist super. Ja, schwierig, aber wenn's nur der normale Stein ist, ist das eigentlich okay. 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 Da ist noch ein weiter Weg bis da runter. Aber hey, immerhin 230, schauen wir schon fast die Hälfte geschafft. fast. Passt, ne? Und, 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 und. ja da kommen wir jetzt von ganz oben rauscht gehen die rechts runter ich weiß hier ist dann noch mal irgendjetzt aber das ist dann jetzt ich hoffe ok jetzt muss man kurz warten ist der kleine gnome runter fährt perfekt leider egal wir haben den dings geschafft 1000 ja ja ausgegeben ja gut damit 20 prozent noch option haben wir ja auch das war ja schon schon fast ein fehler gemacht es laufen die sich schon gegenseitig über die füße ich glaube das wird ein sehr sehr schlechtes ja ja Ich habe mich gesehen. Ja, das geht ja leider nicht. Zwei, sieben, fünf. So. 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 Oh, dieses Fasana. 2.18. 2.18. 2.18. Da haben wir jetzt richtig viele ausgegeben. So 72 oder geht das so? 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 Oh ja, okay. 2.38, 2.40. 2.60. 2.70. Ja, gut. 2.80. 2.90. 3.80. 3.80. 3.80. 4.80. 4.80. 5.80. 5.80. 5.80. 6.80. ja ja, das muss doch nichts mehr sein 286 nichts mehr da sollte seine muss ja da noch ein bisschen 275 nichts mehr war sehr unergiebig schwierig jetzt haben wir doch wieder zu viel ausgegeben schau mal aber 42 und 20 30 und das war der Geldsteam in der nächsten Folge, bis dahin, tschau tschau